Hallo, heute sind wir mit unserer Ruhl unterwegs. Ich zeige euch mal kurz, wer da alles dabei ist. Hier ist die Luna, natürlich mit lieben Steinen. Kleine Subu, ganz groß. Subu, hallo, sag mal hallo. Unser Max schwingt gerade. Toll, Max! Die Luna. Ja, der kleinste, ganz groß. Subu! Jetzt sind wir wieder zu Hause. Und es wird. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Nach unserem Spaziergang ans Wasser. Die Luna, die chillt halb auf ihrer Decke. Gehen wir mal weiter. Hier wird die Decke von Max. Doch der ist nicht hier, den suchen wir gleich mal. Und dann haben wir hier klein Subu in seinem tollen Zelt, was ihm unsere Tochter Lena gewahrt hat. Und jetzt machen wir uns noch auf die Suche nach unserem Max. So ist er denn, ach da, er nimmt sich seine Schlafenszeit in unserem Gang. Ja, das war's eigentlich auch schon und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.